Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Amber und wir starten heute rein in die Quarterzucht. Die habe ich nämlich auch gut vernachlässigt, weil ich so viel mit den Mongolen zu tun hatte. Hier rumschieben, hier verkaufen, das dazukaufen und überdenken, was wir denn jetzt eigentlich machen. Bei den Quartern hatte ich auch einen kleinen Rappel, sage ich jetzt mal, weil ich in letzter Zeit so viele 11 Very Good Fohlen bekommen habe, obwohl eigentlich 12 Very Good rauskommen müssten, bzw. ab und zu ist das gar kein Problem, aber fast nur ist schon echt hart. Ich habe nur noch neun Quarterstuten, damit aber auch nur die 12 Very Good haben, ebenso die beiden Hengste natürlich, alles anderes rausgeflogen. Ja, es hat auch ein bisschen weh getan, aber ich konnte das einfach nicht mehr, das funktioniert nicht. So, ich werde zum einen mit meinem eigenen Hengst decken, das ist Too Much Platinum, 813 GP, 12 Very Good, E und Rhone. Mit ihm werde ich vier meiner Stuten decken, fünf werden mit einem anderen Hengst gedeckt, also gehen wir hier erstmal rein. Wir haben hier Midnight, Midnight, wer ist denn das? Midnight Moon. Ich gucke auch nochmal hier schnell, ob die verwandt sind, so direkt. Nein. Ja, da hoffe ich auf ein Doppel-Rhone mit 12 Very Good und ja, 92er Konfit dürfte drin sein und eine bessere GP. Einmal das. Dann haben wir Candy. Ich glaube, mit ihr habe ich auch noch nicht gedeckt. Hat auch ein Rhone hoch 2. Das ist, ah ja, das ist der Sohn, äh, der Sohn. Das ist die Tochter von dem Cream Breaker. Cream Breaker war von dem lieben Marc und ja, da gehen wir auch natürlich mit. Freue ich mich. Dann ebenfalls eine Stute, die groß geworden ist. Das ist Cinderella. Absolut hübsche Maus. Nicht viel, äh, GP, aber 12 Very Good, gute Konfit. Auch von Cream Breaker. Ähm, ja, muss ich mit reingehen. Äh, siehst du mich wunderschön. Da auch einmal. So, und dann haben wir noch eine letzte Stute. Und zwar ist das, genau, Midnight Wind. So. Oh, hier sind die Eltern verstorben. Oh, wie traurig. Der ganze Stammbaum ist tot. Guckt euch das an. Habt ihr das schon mal gesehen? Oh nein. Das ist ja schrecklich. Oh mein Gott, das ist so schrecklich. Okay, wir müssen ihre, ihren Blut weiterleiten, weitervererben. Denn ich glaube, sie hat auch gar nicht so diese typischen Sachen drin. Hat sie nicht. Hier so Happy Platinum, Code Red, wie bei ihm hier. Too hot to stop. Das ist ja alles hier vertreten. Krass. Okay. Schnell weiter. Dann müssen wir auch schnell weiter bezüchten. So, wir sind mit dem Mann durch. Und dann haben wir den zweiten Mann, den ich letztens reingestellt bekommen habe von der lieben, wie kann das anders sein? In der Fall der lieben Maya. Er hat nur ein E, ist aber trotzdem so dunkelbraun. Also ich glaube, so ein Lichtrappe oder wie man das nennt. I don't know. Hatte 830. Also nochmal ein bisschen mehr Boost. So very good. Ihn würde ich gerne decken. Und zwar haben wir hier einmal die letzten Stuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es sind 6 Stuten anscheinend. Ich kann nicht zählen. Gar kein Problem. Oder habe ich eben eine vergessen? Ne, habe ich nicht. Okay, dann habe ich einfach grundsätzlich eine vergessen. Passt schon. Dann machen wir einfach alle mit ihr, solange sie nicht verwandt sind. Ach so, Chasing Platin steht zum Verkauf. Deshalb. Ne, dann fällt Chasing Platin natürlich weg. Ich will immer den Leuten die Chance geben, dass sie selber ihre Stuten, wenn sie die kaufen, decken können. So, also Blue Soul. Wir nehmen Blue Soul. Sie hat nur eine 707. Auch zweier Rhone und brauche einen Boost. Es könnte natürlich die Hose gehen, weil die Differenz schon sehr, sehr krass ist. Aber ich versuche es trotzdem. Fein. Dann nehmen wir noch Electric Wind. Natürlich kommt sie von Electric Coat. Ist aber auch schon fast raus aus dem Stammraum, sage ich mal. Electric Star und das ist der Hengst, den ich lange bei mir hatte. Von dem habe ich auch noch Samen. Und Midnight Wind. Genau. So, da wollen wir auch mit. Ach so, warte mal. Electric Coat ist hier. Und hier ist er, glaube ich, schon. Hier ist er. Ne, das kann man machen. Das ist okay. Okay. So. Außerdem. Nächste Stute. Keep the Catch. Habe ich, glaube ich, gekauft gehabt. Vor einer Weile. Ja. Und ja, auch nicht von schlechten Eltern. Aber ja, momentan bringen die mir irgendwie alle nicht so das, was ich möchte. Es kann am Spiel liegen. Es kann an anderen Umständen liegen. Ich weiß es nicht, dass ich da dauernd nur so Downgrades habe. Downgrades. Ihr wisst, was ich meine. Rolldowns. Downrolls. Was auch immer. Genau. Wir nehmen einmal Chief Star und 781. Sie hat ein OLW. Habe ich jetzt fast gar nicht mehr, muss ich sagen. Die OLWs. Würde ich gerne irgendwann mit reinbringen. Aber derzeit einfach nicht. Ich bin froh, dass ich so viele gute Rowan-Stuten habe. Da wollte ich ja auch hin. Auch über die 800 will ich mit denen noch. Und dann irgendwann auch wieder OLW reinbringen. Aber das machen wir dann am Ende irgendwann. Und die letzte Stute, die ich habe, ist die Shikita. Sie hat mir schon einige, eigentlich ganz gute Stuten gebracht. Stullen hat sie mir vorbeigebracht. Nein. 750 und auch 12 Very Good. Rein. So. Ich erhoffe mir ganz, ganz viel von den beiden Hengsten, mit denen wir gerade gedeckt haben, dass da mal was Ordentliches bei rumkommt. Das kann nicht sein, dass ich immer in allem so ein Pech habe. Aber ja, drückt mir einfach die Daumen. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge oder auch gerne auf Twitch. Kommt vorbei. Und bis dahin. Tschau, tschau. 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 Vielen Dank.